Ein neuer Donnerstag, ein neues ATV. Dieses Mal mit Brian Chambers an der Reihe, der uns aus dem Foundry 42 Office der CIG-Niederlassung in Frankfurt begrüßt. Und auch heute gibt es wieder Spannendes zu berichten. So lernen wir, was Cube Maps sind und wie sie dabei helfen, den Grad an Realismus nochmals zu erhöhen. Dass CIG nicht nur in der Spielentwicklung außerordentlich gut ist, sondern ganz nebenbei auch noch SIP-Programme entwickelt. Es gibt tolle Sachen wie die Buddy AI, die Kumpel-KI. Und wir lernen, was Rigged Buddy Simulations sind und fragen uns, warum die erst jetzt in Squadron 42 implementiert werden. Und es gibt Infos zu Prefabs, zu Play Blasts und bekommen erklärt, wie CIG den Schmugglern unter uns das Leben schwer machen möchte. Und noch vieles mehr. Brian beginnt zu erzählen, dass zwei neue Kollegen im vergangenen Monat hinzugekommen sind, was nun 76 Mitarbeiter im Frankfurt Office bedeutet. 20 dieser Kollegen haben an einem 5-Kilometer-Lauf als Socializing- und Teambuilding-Event teilgenommen. Das Level-Design-Team hat die maßgeblichen Arbeiten an den prozeduralen Oberflächen der Außenposten abgeschlossen und die Ergebnisse an das Environment-Art-Team übergeben, welches sich im Rahmen seiner Aufgabe um die grafische Entwicklung der Gebäude, innen wie außen verantwortlich zeichnet. Weiterhin haben sie die in der Whitebox-Phase befindlichen Hangarmodule und Garagen weiterentwickelt und die Ergebnisse ebenfalls an das Environment-Art-Team weitergegeben. Die starten nun darauf aufsetzend mit der Visual Exploration Phase, also der visuellen Erkundungsphase. Damit ist gemeint, dass die Modelle in der virtuellen Realität begangen und angeschaut werden, ohne dass dazu weitere Konfigurationen, Kommandozeilen, Parameter, Programmierkniffe oder Ähnliches eingesetzt werden bzw. nötig sind. Aktuell konzentriert sich das Level-Design-Team darauf, die Markups, das sind beschreibende Elemente, für alle Locations zu implementieren. Das beinhaltet alles von Raumsystemen und Atmosphären, Interaktionsmöglichkeiten mit Umgebungsteilen wie Aufzügen und Konsolen zum Rufen von Fahrzeugen und Schiffen. In Bezug auf Levski hat man sich, Brian Chambers zufolge, nun dafür entschieden, keine separaten Garagen zum Spawnen für Fahrzeuge zu haben, sondern eine Kombination aus Garage und Hangar, um beides in einem Raum spawnen zu können, Schiffe und Fahrzeuge. Jetzt, wo der Großteil der Arbeiten an Levski und den Outposts erledigt ist, wird das Level-Design-Team an die verbleibenden führenden Landezonen des Stanton-Systems herangehen, und zwar Area 18, Lorbel, Orisin und New Babbage. Kommen wir zum Engine-Team. Und jetzt wird's etwas abstrakt. Das Engine-Team arbeitet an etwas, das sich Consistent Capturing of Atmosphere and Sky in Cubemaps nennt, welches übergangslos zwischen globaler Atmosphäre und lokaler Cubemap-basiertem Lighting, also Lichtgebung, hin und her blenden kann. So, was bedeutet das? Cubemaps ist ein Begriff ganz klassisch aus der 3D-Modellierung. Bevor man sich daran macht, komplexe 3D-Modelle in noch komplexere 3D-Umgebungen zu packen, nur um sich anzuschauen, wie denn Licht und Schatten und Reflexionen wirken und das Ganze zum Beispiel auch in der Widerspiegelung eines kleinen Zielfernrohrs aussehen könnte, wird ein Würfel erstellt, der auf allen Seiten die Umgebung widerspiegelt. Das kann entweder nach außen oder nach innen gerichtet sein. Dann wird dieses Hilfsmittel-Würfel aufgeklappt, sodass man in der sich nun ergebenden zweidimensionalen Map auf einen Blick alle Umgebungen in Bezug auf Spiegelungen, Reflexionen, Schattenwürfe etc. sehen kann. Warum macht man das? Schlicht, um zu prüfen, ob in komplexen 3D-Umgebungen eben jene Umgebungsberechnungen korrekt ausgeführt werden. In diesem kleinen Beispielvideo hier sieht man beispielsweise, dass die Umgebung im Zielfernrohr falsch reflektiert wird. Solche Fehler zu erkennen ist live in der dreidimensionalen Umgebung schwierig bis unmöglich. Dank Cube-Mapping hat man aber eben alles im Blick. Es gibt hierzu Tools, die live diverse Cube-Maps berechnen und einblenden. Und jetzt können wir auch Brian Chambers Aussage konkret zuordnen. Das Engine-Team fertigt also Cube-Maps von Atmosphäre und Himmel an, damit die Überblendung, insbesondere der Lichtverhältnisse beim Atmosphäre-Eintritt, stimmig ist. Und weil das mal wieder so CIG-typisch hochgradig detailverliebt ist, schiebt Brian seinen Satz hinterher, dass es 1 zu 1 übersetzt ultimativ einen höheren Level von visueller Realitätstreue ergibt. Oder auch, das wirkt dann so lebensecht, mehr geht nicht. Weiterhin haben sie einen neuen, verbesserten Algorithmus entwickelt, um das PAK-Datensystem zu verbessern. In puncto CPU, also Prozessornutzung und Datenkompression. Und das ist so verdammt unglaublich, dass CIG nicht nur ein Spiel entwickelt, das seinesgleichen sucht, sondern auch noch quasi im Vorbeigehen Software entwickelt oder verbessert in diesem Falle eben im Hinblick auf Datenkomprimierung, womit andere Firmen maßgeblich ihr Brot verdienen. Gut, jetzt kommt nochmal das Wort ultimativ hinterher. Ergo scheint also auch das Thema soweit abgefrühstückt zu sein und dem inkrementellen Patcher nichts mehr im Wege zu stehen. Inkrementell, stufenweise, wird auch Delta-Patcher bisweil genannt, wird also dann nur noch die geänderten Daten updaten und nicht, wie bisher, mit jedem Patch das gesamte 30 GB Datenpaket überschreiben. Weiter geht's mit Planet, was meines Verständnisses nach das CIG-Internet-Tool zur Erstellung prozeduraler Planeten ist. Mithilfe dieses Tools wird unter anderem festgelegt, wo spezifische Objekte erscheinen sollen auf einem planetaren Ökosystem, bestimmte Bereiche oder komplexe Strukturen, wie beispielsweise Levski, positioniert werden soll. Und am Code von Planet hat das Engine-Team gearbeitet, in dem man diesen Code überarbeitet und vereinheitlicht hat, um ihn später einfacher wiederverwenden zu können beziehungsweise einfacher erweitern kann. Das AI-Team, erzählt Brian, also das Team, was für die künstliche Intelligenz zuständig ist, ist geschäftig wie immer. Im vergangenen Monat haben sie an der Buddy-AI, ich nenne es mal Kumpel-KI, gearbeitet. Diese soll bewirken, dass NPCs, also die computergesteuerten Nicht-Spieler-Charaktere, quasi intelligent einem zugewiesenen Führungs-NPC folgen. Auch hat man an der Schiffs-KI Fortschritte gemacht und ist einen Schritt weitergekommen in Richtung einer voll durch die Subsumption kontrollierten und gesteuerten Schiffs-KI. Subsumption, noch mal kurz zur Erinnerung, ist das KI-Fundament, welches Star Citizen unterliegt. In ihr sind alle KI-Reaktionen, Verhaltensmuster und Dialogoptionen modularisiert und kategorisiert hinterlegt. Jede KI, die aktiv agiert oder reagiert im Rahmen eines Aufnehmen-Bewerten-Agieren-Zyklus oder Aufnehmen-Bewerten-Reagieren-Zyklus wird somit nicht nur durch die ihr anhand gegebenen Aktionsmuster gesteuert, also z.B. der Händler feilscht oder der Weltraum-Piraten-Boss sucht Verteidigungslücken, sondern auch indirekt durch die Subsumption, welche ständig die Summe aller KI-Aktionen nach Kritikalität und Effektivität bewertet und zuordnet. In Verbindung mit der Token-Systematik, welche im ATV Serialized Variables von der letzten Woche vorgestellt wurde, soll somit im gewissen Rahmen ein lernendes KI-Verhalten entstehen, welches auch system- bzw. serverübergreifend konsistent bleibt. Im Rahmen der KI-Entwicklung bestand ein Sprint des vergangenen Monats darin, die Verhaltensmuster von NPC anzupassen, wenn diese Feinde sehen oder hören. Die Reaktionen der NPCs sollen variieren, je nach Situation, Lautstärke usw. Wobei die hier gezeigte Demo laut Brian nicht das Endergebnis darstellt, sondern lediglich die Intention CIGs widerspiegeln soll. Ein zusätzliches Augenmerk wurde gelegt auf das Thema Friendly Fire, damit die NPCs nicht ihre eigenen Leute abschießen. Das VFX-Team, das Team für die visuellen Effekte, hat weitergearbeitet an den Effekten für die bzw. auf den unterschiedlichen planetaren Oberflächentypen. Das deckt eine große Bandbreite an Effekten ab, wie beispielsweise hier zu sehen Fußspuren, Projektileinschlägen und Fahrzeugspuren. Darüber hinaus hat das VFX-Team erste Experimente mit Rigged Body Simulations durchgeführt, sowie den Workflow für die Squadron 42 Filmszene. Und dieses wird, so Brian weiter, viele Mesh-Zerstörungs- und Deformierungsanimationen abdecken, die für die Squadron 42 Einzelspielerkampagne benötigt werden. Ein Rigged Body bzw. dessen Simulation, das musste ich zugegebenermaßen gerade erst mal auf Wikipedia nachschlagen, das ist eine sogenannte Starrkörpersimulation. Ein Starrkörper besteht aus einer Menge von Partikeln, die eine unveränderliche starre Beziehung zueinander haben, also zum Beispiel eine Kaffeetasse. Der Zustand eines Starrkörpers wird demnach beschrieben durch seine Position, die Orientierung, also steht sie aufrecht, legt sie auf dem Tisch. Gesamtimpuls und Drehimpuls, bewegt sie sich oder steht sie still? Und wird außerdem beeinflusst durch Geschwindigkeit, Rotationsgeschwindigkeit, lineare Kräfte, Drehmomente. Also demnach wird CIG entsprechend daran arbeiten, Kollisionen unter Starrkörpern zu orten und die entsprechenden Kollisionsantworten dieses Starrkörpers einzuleiten. Wie zum Beispiel ein Stoß, der die Position oder Bewegung des betreffenden Starrkörpers verändert. Wenn ihr also auf eine Kaffeetasse schießt, dass sie von dem Tisch runterfällt oder dass sie sich dreht, wie auch immer. Und während ich diese Inhalte zusammengeschrieben habe, muss ich zugeben, durchaus sehr erstaunt zu sein, dass CIG sich jetzt erst mit dem Thema Starrkörperkollision in Bezug auf Squadron 42 beschäftigt. Also etwas sehr Grundlegendem, wie ich finde, und das, wo die Fangemeinde ja bereits seit Längerem mit mindestens einer Ingame-Demo oder Ähnlichem rechnet. Das Lighting-Team, welches sich um Beleuchtungsthemen kümmert, war sehr damit beschäftigt, die Lichtgebung aller planetaren Außenposten fertigzustellen, inklusive einer Logik, mit welchen in diesem Rahmen die Beleuchtungsaußenwirkung der Stationen gesteuert werden kann. Und zudem wurde eine Bibliothek an Prefabs erstellt. Prefabs sind kleine vorgefertigte Level-Teile oder auch komplexere Level-Bausteine wie Möbel, Lampen und Ähnliches, welche existierende Props, also jene besagten Einrichtungsgegenstände, Möbel, Lampen, Pflanzen und so weiter, mit Lichtelementen und dessen Regeln kombiniert, so dass iterativ, also schrittweise sich annähernd, entsprechend Anpassungen über alle Outposts hinweg vorgenommen werden können. Ich verstehe, dass in Richtung des Branding, was vor zwei, drei Wochen vorgestellt wurde, dass wenn zum Beispiel ein Outpost von einer anderen Rasse oder Firma übernommen wird, automatisch vom System die entsprechenden Anpassungen in puncto Ausstattung, Farb und eben Lichtgebung vorgenommen werden. Das TechArt-Team hatte mit verschiedensten Aufgaben diesen Monat zu tun. So haben sie an zahlreichen Animationsfragmenten der Manneker-Animationen gearbeitet. Das sind die 3D-Figuren, die automatisiert bekleidet werden, ein in Austin entwickeltes System. Und dies haben sie getan für das Cinematics-Team. Weiterhin haben sie die Game Entity für die neue KSAR-Custodian-SMG-Energie-Waffe im ausgeblockten Mesh und Rig implementiert. So, das hört sich jetzt seltsam kruder an, ist aber im Prinzip ganz einfach. Als Entity werden Informationen über ein Objekt bezeichnet. Mesh ist das Polygon-Netz über einem 3D-Modell und Rig ist das darunterliegende Skelett, welches definiert, wie die einzelnen Teile des Meshes bewegt werden können. Und in dieses Mesh mit dem Rig hat CIG schlicht Informationen eingebettet, die der Waffe im Spiel von nun an zugrunde liegen. Und somit, fährt Brian schlussfolgernd auch fort, können andere Abteilungen nun beginnen, diese KSAR-Custodian-SMG, also schweres Maschinengewehr, im Spiel zu nutzen und fertigzustellen in puncto Animation und visuelle Effekte. Drittens hat das TechArt-Team das interne Playblast-Tool. Um weitere Features erweitert. Playblast hört sich jetzt gewichtig an, ist aber nichts anderes als ein Werkzeug des Programms Autodesk Maya, mit dem CIG arbeitet. Die Funktion Playblast hilft dabei, aus dem sogenannten Maya Viewport heraus, ein Preview-Video, also eine Vorschau-Bildsequenz zu generieren, die zum Beispiel als Beurteilungsgrundlage dienen kann. Und das diesbezügliche Feature, welches CIG entwickelt hat, soll dem Animator-Team dabei helfen, einfache Playblasts von ihrer Arbeit zu erstellen, um, wie gesagt, entsprechende Bewertungsgrundlagen zu erhalten. Als viertes hat das TechArt-Team große Fortschritte gemacht mit Waffenphysik. Dynamics und Motion, benennt Brian hier, auf Basis der Spielphysik und Simulation. Diese etwas kryptische Information wird hier durch die eingeblendeten Bilder vertieft, in Form der sich bewegenden Waffenteile innen wie außen. Brian endet, dass die Ergebnisse vielversprechend sind und, dass diese Animationen einen weiteren subjektiven Anstrich geben für ein realistischeres Verse. Das Build Engineering Team hat einen Kopf dazugekommen, was nun in einem echten Team resultiert, nämlich zwei Mann. Ein Großteil der Monatszeit wurde demnach dafür aufgebracht, den neuen Kollegen einzuarbeiten. Beide sind nun final verantwortlich, den Support für die europäischen Niederlassungen aufzusetzen, und sie arbeiten an Mittel- und Langfristplänen, um Effizienz und Zuverlässigkeit im Bildprozess zu steigern. Das Environment Art Team hat alle drei Monde verbessert, mittels der im vergangenen Monat verbesserten Materialien, also Texturen, die Materialien darstellen. Was der Oberfläche ein mehr Breakup of Materials on Ground gibt. Also ich verstehe es so, dass die Mondoberflächen zerklüfteter, aufgebrochener wirken und nicht wie mit einer Tapete überzogen. Die Landeflächen der Stationen sind kurz vor der Fertigstellung, und diese Landeflächen sind notwendig, um sichere Landungen zu ermöglichen. Delamars Oberfläche bekommt seinen finalen Anstrich in puncto Geometrie und Texturen. Die Oberfläche erhält einen finalen Effektdurchlauf, in welchem ein extra Layer hinzugefügt wird, der Points of Visual Interest der Umgebung und Atmosphäre hinzufügt. Also spannende oder interessante Punkte, wie als CIGs augenzwingerndes Beispiel der Big Bennys Stonehenge bei Jela. Dasselbe wurde auch für Levski durchgeführt. Wo wir von Levski sprechen, hier wurde der Zollbereich fertiggestellt. Jeglicher Verkehr rein nach Levski und raus aus Levski muss durch diesen Zollbereich, so dass man hier noch einmal extra Hand angelegt hat, um es a visuell interessant zu machen und b ultimativ hart für Spieler, die dem Schmuggelgeschäft nachgehen. Die Garagen stehen kurz vor der Fertigstellung und sind somit bereit zur Integration in die Levski-Landezone, beziehungsweise das Modular ist generell in die Level. Anschließend wird es für Spieler möglich sein, ihre Fahrzeuge anzufordern und im Fall von 3.0 Delamars zu erkunden. Die Aufzüge in Levski sind ebenfalls aktualisiert worden und passen nun in das modulare Erstellungsset, welches übergreifend für das Bauen von Star Citizen genutzt werden wird. Das Game-Programming-Team hat die verbleibenden Waffenfeatures für 3.0 weiterentwickelt, sowie die Railgun-Cover-Animationen Rückstoßverzögerung und Delayed ADS-Ratical-Fadenkreuz ADS-Aim-Downside, also Zielen mittels Zielhilfen wie zum Beispiel Visier. Ergo wird es sich meines Verständnisses nach um Verzögerungsberechnungen handeln, die real entstehen, wenn man durch ein Visier schaut, anstatt aus der Hüfte zu schießen. So verstehe ich es hier. Jetzt referenziert Brian nochmal auf die neuen modularen Item-System 2.0 basierten Türen, an denen ebenfalls gearbeitet wurde. Jetzt werden noch Hooks hinzugefügt, übersetzt Haken. Das kann man sich vorstellen wie bei Kleinkinderlege-Spielen, in die nur bestimmte Formen hineinpassen. Nur dass hier entsprechende visuelle Effekte und Texturen eingepasst werden können. Und Sound-Effekte werden implementiert. Und dann können die Türen genutzt werden. Gemeinsam mit Engineers von UK und LA hat das Technical Design Team das dem neuen Netzwerkkode zugrunde liegende Waffensystem ausgearbeitet. Und übergreifend gesehen kommt die diesbezügliche Forschungsphase nun zu einem Ende. Die ersten Testimplementierungen starten, sobald alle anderen 3.0 bezogenen Aufgaben abgeschlossen worden sind. Hierzu gibt es leider keine weiteren visuellen Demos, sodass ich das Thema nicht vertiefend besprechen kann, zum Beispiel um welches Waffensystem es sich hier handelt, was dann nach Abschluss von 3.0 in die Umsetzung geht. Das Cinematics Team arbeitet mit den Graphic Engineers. Zur Erinnerung, Engineers arbeiten Aufgaben- oder bereichsübergreifend interdisziplinär und halten in diesen komplexen Projektumfeldern die sprichwörtlichen Fäden zusammen. Die arbeiten also mit den Graphic Engineers zusammen und gemeinsam erarbeiten sie die brandneue Holographic Projection Volume Entity Tag. Also der Technik zur Projektion volumetrischer Hologramm-Informationen würde ich es mal frei übersetzen. Dieses Stück Technik wurde bereits in den letzten ATVs vorgestellt. Es ermöglicht das Rendern von In-Game-Szenen und dessen Wiedergabe auf Flächen. Das kann dreidimensional als Hologramm sein oder zweidimensional auf Werbetafeln, Datenpads und so weiter. Nick Elms berichtete diesbezüglich unter anderem über das Thema Render to Texture in meinem Übersetzvideo vom 10. Juno zu sehen ab Minute 8. Das ganze Thema wird also weiter ausgearbeitet, sodass man nicht nur Nachrichten über eintreffende Vandul-Flotten in Echtzeit verfolgen kann, sondern auch, wie Brian hier aufzählt, zwischen geskripteten Szenen und Realszenen, also beziehungsweise In-Game-Realszenen hin und her schalten kann, ohne dass man einen Unterschied bemerken würde. Und das eben als Hologramm oder als 2D-Com-Call von anderen Schiffen direkt auf das Multifunktions-Display im Cockpit eures Schiffes. Und wie üblich hat das Cinematics-Team Fortschritte bei Squadron 42 erzählt, sodass wir uns auf Präsentationsmaterial in naher Zukunft freuen dürfen, sagt Brian. Das QA-Team Qualitätssicherung hat bereits im Mai begonnen, den neuen CIG-Data-Patcher zu testen und hat das weiter auch im Juno durchgeführt. Diese Tests werden täglich durchgeführt auf Client-, Editor- und Game-Server-Seite. Das Hauptziel der Tests dabei ist, absolut sicherzustellen, dass es keine Differenzen mehr gibt zwischen den Daten, die vom neuen Patcher gezogen werden und denen des aktuellen Build-Tools mit Namen Copy Build 2. Copy Build 3 ist ebenfalls ausgerollt worden zum QA-Team, damit Sie es testen können. Und um das Ganze für euch zu dechiffrieren, ein Build ist in der IT-Entwicklung eine Versionsstufe einer Software oder eines Teils davon. Copy Build scheint also ein Programm zu sein, welches ein Build kopiert. Und gleiches passiert ja auch, wenn wir uns mittels des Patchers eine neue Version von Star Citizen ziehen. Wir kopieren uns ein Build auf unseren lokalen PC. Und Brian verstehe ich jetzt so, dass der neue Delta-Patcher am Ende dasselbe Ergebnis ohne jegliche Differenz produzieren soll wie das CIG-interne Programm Copy Build. Ich vermute mal, dass Copy Build irgendwo auch die Grundlage des neuen Delta-Patchers sein wird. Ach ja, und wenn in der IT-Entwicklung etwas ausgerollt wird, dann hat das weniger mit einem Teppich zu tun, sondern schlicht mit der Veröffentlichung eines Softwareprodukts bzw. Verteilung, Installation und Inbetriebnahme. Und eigentlich erfolgt ein Rollout erst nach Qualitätssicherung und Testing. Aber in diesem Falle ist CIG etwas dynamischer und rollt die nicht fertige Version zum Testen an QA aus. Wie auch immer. Weiter im Text. Das Testen am Subsumption Editor schreitet weiter voran und ist inzwischen Teil der wöchentlich wiederkehrenden Aufgaben für QA, weil jede Woche neue Versionen mit neuen Features implementiert werden. Die Qualitätssicherung arbeitet diesbezüglich eng mit Tony und Francesco zusammen, um sicherzustellen, dass jeder Release absolut fehlerfrei ist und nichts vorhanden ist, was den Spielentwicklungsprozess hemmen könnte. Außerdem wurde ein guter Teil der Zeit zum Testen des Multiplayer-Gameplays im Stanton-PU-Level verwendet. Das System-Design-Team hat weiter daran gearbeitet, die Bibliothek der Usables, also allem Benutzbaren, zu erweitern. Dies sowohl für Star Citizen als auch Squadron 42. Das Air-Traffic-Control-System, Luftraumüberwachung bzw. Management, ist auf der Zielgeraden und sollte jetzt bald für uns nutzbar sein. Interessanterweise wird hier von Brian nicht 3.0 erwähnt. Außerdem haben sie begonnen, an der First-Person-Shooter-Freund-KI zu arbeiten, inklusive aller Befehle, die man diesen Begleit-NPCs geben kann und ihren nötigen Verhaltensmustern, um den Befehl in Folge zu leisten. Das Actor-Status-System wird zurzeit getestet und geht nun zur finalen Anpassung und Balancing. Und nicht zuletzt wurden letzte Handgriffe am Konversationssystem getan, damit das Cinematics-Team die bestmöglichen Ergebnisse produzieren kann. Das Waffenteam hat zahlreiche Waffenaufsätze und Zusätze entwickelt, sowohl funktional als auch optisch. Die alten Blockouts, das sind 3D-Modelle ohne Texturen, werden noch konvertiert, sodass sie mit dem neuen Attachment-Rail-System, also dem Aufsatz-Schienensystem, kompatibel sind. Das scheint der Name des Systems zu sein, was ermöglicht, dass man Attachments an vorhandene Waffen entsprechend anbringen kann. Und jetzt werden erste schnelle Tests an existierenden Waffen durchgeführt, um grundsätzlich die Funktionalität zu überprüfen oder zu schauen, ob Anpassungen vorgenommen werden müssen. Außerdem wurde die Klaus & Wörner Demiko ausgeblockt, was ein leichtes Maschinen-Laser-Gewehr werden soll. Bei den Schiffswaffen ist die Preacher Armaments Distortion Gun-Kanone Größe 4 bis 6 fertiggestellt, sowie die Upgrades Level 1 bis 3. Außerdem gab es einen ersten Blockout-Durchlauf, inklusive erster grober Animationen für den Klaus & Wörner Laser Repeater Größe 1 bis 3, den Neutronen Repeater Size, also Größe 1 bis 3, und die Apokalypse Arms Ballistic Scatter Gun Größe 1 bis 3. Und in Frankfurt fand ein Bar Citizen statt, womit Brian Chambers abschließt, sagt, dass es ganz toll war. Und damit ist ein für CRG-Verhältnisse sehr entspanntes ATV zu Ende gegangen, wofür ich sehr dankbar bin und es tatsächlich mal keine halbe Stunde dauert, um alles zu erklären. In diesem Sinne hören wir uns dann an diesem Samstag wieder mit der nächsten Übersetzung. Ich freue mich auf eure Kommentare, euer Feedback und wünsche euch auf diesem Wege noch eine tolle Woche. Bis dann. Cheers. Bis dann. Bis dann.